Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer. Wir fangen jetzt an und spielen das Tanzlied Gruppe Noack mit zwei Händen. Los geht's! Ihr habt die Noten vor euch, ich spiele euch das Lied einmal vor. Gut, wir beginnen mit der rechten Hand, mit der ersten Seile. Ich spiele Tag 1 bis 4, der Daumen beginnt mit 10. 1, 1, 1, 3, 2, 2, 4, 3, 3, 2, 1. Einmal zum Mitmachen und 1, 1, 1, 3, 2, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 1, Pause. Ihr seht das Wiederholungszeichen am Ende der ersten Seile, das sind die beiden Punkte. Und wir wiederholen die erste Zeile, wir spielen miteinander. Und Gut gemacht. Jetzt kommt die zweite Linie dran, das ist der Mitte Teil. Er beginnt mit der Note auf der ersten Linie. Wenn ihr das E erkennt, dann habt ihr recht. 3, 3, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 3. Ich wiederhole. Takt 9, 10, 11, 12 und sage die Notennamen dazu. E, 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 G, F, D, 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 F, E. Einmal zum Mitspielen. Drei, 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 fünf, vier, zwei, 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 vier, drei. Die dritte Zeile schaut sie genau an und ihr werdet sehen, sie ist identisch mit der ersten Zeile. So, schalten jetzt auf Pause und spielen die Melodie von Rubenowak mindestens drei bis fünf Mal mit der rechten Hand allein. Wenn du soweit bist, dann drücke auf Weiter. Im ersten Takt steht in der linken Hand C und G. Das ist der Zweierakkord C. Im zweiten Takt seht ihr den G-Akkord. Das sind die Töne A und G. Das heißt, der kleine Finger geht einen Ton abwärts, der Daumen bleibt wo er war. Und im dritten Takt seht ihr eine halbe Not C-Akkord. Und auf die drei im Takt den G-Akkord. Und wieder C-G. Da ist ein Wechsel einmal im Takt. Ihr spielt jetzt die Akkorde, die Zweierakkorde. Ich rufe sie euch zu und spiele selbst die rechte Hand. Eins, zwei, drei und C. Pause und C-Akkord. E-Akkord. Und E-Akkord. Und C-Akkord. 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 G-Akkord. 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 Beide Hände im langsamen Tempo. Eins, zwei, drei, vier. Wiederholung. Aus. Gut gemacht. Spiele das Stück einige Male für dich langsam und steigere dann das Tempo. Und tschüss für heute. Und tschüss.